Hören Teil 1 Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie die Aufgabe 1. Sie hören jeden Text zweimal. Wenn Sie hören gut singen, dann melden Sie sich bitte über unsere Webseite. Die Macher der Show bitten darum, dass sich keine Gitarristen und Pianisten mehr melden sollen. Es gibt inzwischen genug Musiker für die Show. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und hier noch eine wichtige Information für unsere Hörerinnen und Hörer. Für eine Talentshow werden noch Sängerinnen und Sänger gesucht. Wenn Sie denken, Sie können gut singen, dann melden Sie sich bitte über unsere Webseite. Lesen Sie die Aufgabe 2. Lea? Ich bin's, Tom. Schön, dass du nun doch noch kommst. Brasilia ist wunderschön. Auch das Hotel ist prima. Handtücher gibt es natürlich und auch Bademäntel. Aber schön wäre es, wenn du meine grüne Jacke mitbringen würdest. Hier ist es nämlich abends noch sehr kühl. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Lea? Ich bin's, Tom. Schön, dass du nun doch noch kommst. Brasilia ist wunderschön. Auch das Hotel ist prima. Handtücher gibt es natürlich und auch Bademäntel. Aber schön wäre es, wenn du meine grüne Jacke mitbringen würdest. Hier ist es nämlich abends noch sehr kühl. Lesen Sie die Aufgabe 3. Liebe Kunden, heute haben wir in unserer Buchabteilung den deutschen Autor Frank Dürren zu Gast. Er signiert wie alle unsere Gastautoren seine Bücher und steht ihnen für Fragen gern zur Verfügung. Am Dienstag wird uns Wolf Aigner aus Österreich besuchen. Patrick Schuster aus der Schweiz sollte am Mittwoch kommen. Leider ist er krank und kann nicht kommen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Liebe Kunden, heute haben wir in unserer Buchabteilung den deutschen Autor Frank Dürren zu Gast. Lesen Sie die Aufgabe 4. Frau Sänger, hier ist das Büro von Frau Immel. Wir haben für heute genügend Freiwillige für unsere Arbeiten im Stadtpark. Wir brauchen aber unbedingt noch Leute für den Bahnhofsbereich. Dort wollen wir Blumen pflanzen. Das wollen wir übermorgen tun. Könnten Sie uns bitte morgen anrufen? Vielen Dank. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Frau Sänger, hier ist das Büro von Frau Immel. Wir haben für heute genügend Freiwillige für unsere Arbeiten im Stadtpark. Wir brauchen aber unbedingt noch Leute für den Bahnhofsbereich. Dort wollen wir Blumen pflanzen. Das wollen wir übermorgen tun. Könnten Sie uns bitte morgen anrufen? Vielen Dank. Lesen Sie die Aufgabe 5. Wie wir gestern schon berichteten, wurde am Sonntagmorgen aus unserem Stadtmuseum ein wertvolles Buch gestohlen. Der Direktor des Museums sagte unserem Reporter, dass kein Geld und auch keiner der alten wertvollen Fotoapparate gestohlen wurde. Im Moment gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wie wir gestern schon berichteten, wurde am Sonntagmorgen aus unserem Stadtmuseum ein wertvolles Buch gestohlen. Der Direktor des Museums sagte unserem Reporter, dass kein Geld und auch keiner der alten wertvollen Fotoapparate gestohlen wurde. Im Moment gibt es noch keine Hinweise auf den oder die Täter. Wer benutzt welche App? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Beispiel Das ist ja echt interessant, was die Leute so für Apps haben. Über meine Lieblings-App erfahre ich sofort die neuesten Ergebnisse der Bundesliga. Und ich weiß sofort, wer wann gegen wen Fußball spielt. Einfach super! Das war das Beispiel. Hören Sie nun den Text. Und du, Carmen? Was ist deine Lieblings-App? Ich muss abnehmen. Ich habe eine App, die mir genau anzeigt, wie viele Kalorien jedes Essen hat und wie viel ich schon abgenommen habe. Das ist besser als so eine App mit Kalender. Kalender sind ja heute auf jedem Smartphone. Adrian hat eine App, die ihm zeigt, wo die besten Restaurants zu finden sind. Aber manche Apps sind echt schon sehr alt, wie zum Beispiel die Apps, die Karten von Städten zeigen. Das hat ja heute jedes Handy. Aber Fredericks App vergleicht die Preise in den verschiedenen Supermärkten. Das heißt, Fredericks sieht genau, in welchem Supermarkt zum Beispiel Obst oder Gemüse oder Fleisch am billigsten ist. Auch interessant. Früher hatte Ranja mal eine App für die neuesten Bücher. Aber die hat sie nicht mehr. Jetzt zeigt ihre App das Fernsehprogramm. Dominicks App ist toll. Die muss ich auch unbedingt haben. Sie zeigt sofort Viren auf seinem Smartphone an. Ich frage ihn mal, wie die heißt. Ist schon toll. Die neue Technologie. Hören Teil 3 Sie hören fünf kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie die Aufgabe 11. Hallo Jana. Ja, grüß dich Till. Gesundes neues Jahr. Schon wieder zurück aus Japan? Ja, seit gestern. Dir auch alles Gute im neuen Jahr. Danke. Also Weihnachten in Japan? Ich weiß nicht. Ich brauche meinen Tannenbaum und das Essen mit der Familie. Ach, in Japan feiert man auch Weihnachten. Das ist dort sehr in Mode. Aber da ist es kein Familienfest. Man feiert eher mit Freunden und geht in die Disco. Lesen Sie die Aufgabe 12. Frau Anders, Sie müssen unbedingt Ihre Medikamente richtig nehmen. Nein, sonst hilft die ganze Therapie nicht. Aber ich nehme doch die Tabletten und den Hustensaft. Das Antibiotikum nehme ich auch. Aber ich hatte Ihnen schon das letzte Mal gesagt, dass Sie das Antibiotikum nicht mehr nehmen sollen. Oh, das hatte ich falsch verstanden. Lesen Sie die Aufgabe 13. Nein, um 16 Uhr bin ich nicht zu Hause. Geht es um 14 Uhr? Um 14 Uhr? Nein. Heute Abend? Um 21 Uhr? Nein. Kommen Sie doch gegen 16 Uhr. Dann wird mein Mann zu Hause sein. Okay. Vielen Dank. Ich danke auch. Hallo, Mike. Na, was machst du am Wochenende? Ich gehe im Meer schwimmen. Ist das nicht zu kalt? Ich schwimme auch im Winter. Egal, ob es regnet oder schneit. Also macht mir das Wetter nichts aus. Aber morgen und am Sonntag scheint ja die Sonne. Da macht es am meisten Spaß. Lesen Sie die Aufgabe 15. Hotel Astoria, Rezeption. Sie sprechen mit Herrn Kern. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich rufe von Zimmer 302 an. Ah ja. Funktioniert der Fernseher jetzt? Sie hatten ja auch kein Internet. Mit dem neuen Passwort klappt es wohl jetzt, oder? Ja, ja. Das ist in Ordnung. Aber wir haben keine Heizung. Es ist zu kalt hier. Oh, wir schicken sofort jemanden. Hören Teil 4 Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Ich begrüße heute in unserem Studio einen Ernährungsmediziner, Herrn Dr. Löwe. Guten Tag. Das war das Beispiel. Hören Sie nun das Interview. Herr Dr. Löwe, heutzutage möchten viele Menschen abnehmen. Wie kann man das schaffen? Tja, das Wichtigste ist Bewegung und das richtige Essen. Die Super-Diät gibt es aber nicht. Kann man nicht dünner werden, wenn man kein Abendessen isst? Das kann funktionieren, aber leider nicht bei allen Menschen. Manche bekommen dann nachts Hunger, stehen auf und essen dann noch viel mehr. Ja, und Schlaf braucht der Mensch. Genau. Schlaf ist wichtig, um Kilos zu verlieren. Zu wenig Schlaf macht dick. Oh, interessant. Was meinen Sie denn zu der Monodiät? Diese Diät ist gefährlich, da man hier nur ein Lebensmittel zu sich nimmt. Dann bekommt der Körper vielleicht keine Vitamine oder Proteine. Ich habe gelesen, dass Fast-Food nicht so schlecht ist. Ja. Und man kann damit sogar abnehmen. Es gibt ja diese Fertigsalate in jedem Supermarkt oder auch in Fast-Food-Restaurants. Wenn man da auf die Mayonnaise oder das Öl verzichtet, sind die richtig gesund. Was empfehlen Sie unseren Hörerinnen und Hörern? Jeder Mensch ist anders. Also braucht jeder Mensch einen anderen Ernährungsplan. Das heißt, man muss feststellen, welches Essen für einen gut ist und welches nicht. Für alle gilt aber, essen Sie weniger Zucker und achten Sie auf das Fett. Dann braucht man keine Diät. Vielen Dank, Herr Dr. Löwe. Herr Dr. Löwe, heutzutage möchten viele Menschen abnehmen. Wie kann man das schaffen? Tja, das Wichtigste ist Bewegung und das richtige Essen. Die Super-Diät gibt es aber nicht. Kann man nicht dünner werden, wenn man kein Abendessen isst? Das kann funktionieren, aber leider nicht bei allen Menschen. Manche bekommen dann nachts Hunger, stehen auf und essen dann noch viel mehr. Ja, und Schlaf braucht der Mensch. Genau. Schlaf ist wichtig, um Kilos zu verlieren. Zu wenig Schlaf macht dick. Oh, interessant. Was meinen Sie denn zu der Monodiät? Diese Diät ist gefährlich, da man hier nur ein Lebensmittel zu sich nimmt. Dann bekommt der Körper vielleicht keine Vitamine oder Proteine. Ich habe gelesen, dass Fastfood nicht so schlecht ist. Ja, und man kann damit sogar abnehmen. Es gibt ja diese Fertigsalate in jedem Supermarkt oder auch in Fastfood-Restaurants. Wenn man da auf die Mayonnaise oder das Öl verzichtet, sind die richtig gesund. Was empfehlen Sie unseren Hörerinnen und Hörern? Jeder Mensch ist anders. Also braucht jeder Mensch einen anderen Ernährungsplan. Das heißt, man muss feststellen, welches Essen für einen gut ist und welches nicht. Für alle gilt aber, essen Sie weniger Zucker und achten Sie auf das Fett. Dann braucht man keine Diät. Vielen Dank, Herr Dr. Löwe. Gern geschehen. Vielen Dank, Herr Dr. Löwe.